sei gegrüßt herzlich willkommen wunderschön dass du heute wieder dabei bist als allererstes möchte ich dir dank sagen oder euch allen dank sagen für die vielen wunderbaren kommentare für die vielen e mails die mich auch erreichen für die vielen anfragen die schon hatte und ja für alle zuschriften für alle zuwendungen das lässt mich fühlen dass der weg richtig ist euch das über diesen weg hier alles mitzuteilen euch ein bisschen zu inspirieren mit auf die reise zu nehmen und zu unterstützen vielen vielen dank also dafür als allererstes heute geht es um das thema angst und ich glaube das thema angst ist ein riesenthema in der vorbereitung zu dieser sendung habe ich mich da versucht so ein bisschen klein zu halten um das nicht ausufern zu lassen natürlich auf der einen seite und auf der anderen seite wie soll ich sagen das ein bisschen kompakt zu gestalten und mal so zu differenzieren was für ängste gibt es eigentlich und was für was für ängste sind auch wichtig also angst hat schon auch seine daseins berechtigung aber in der heutigen zeit sind wir mit vielen dingen konfrontiert die uns dann glaube ich auf eine falsche art und weise angst machen und da möchte ich heute gerne unterstützen also wenn das dein thema ist angst in diesen tagen ist ja auch nicht gerade verwunderlich liegt ja auch sehr viel im feld dann bist du bei dieser sendung genau richtig und da fange ich auch als erstes mit an angst im feld was meine ich damit schau in diesen tagen haben wir die sache mit corona gleichzeitig werden neben den mainstream medien sehr viel alternative medien immer größer die beschäftigen sich sehr viel mit den sogenannten verschwörungstheorien und ich denke persönlich dass sehr sehr viel dran ist an diesen teorien an vielen zumindest und die machen auch angst also die qualitätsmedien die mainstream medien machen angst vor corona vor der gewalt die gerade herrscht die machen sowieso immer angst auch vor irgendwelchen krieg das war ja immer schon auch ihre aufgabe also wenn du mal hand aufs herz also corona hin oder her auch vor einem jahr die medien die nachrichten die gezeigt worden sind waren ja niemals irgendwie beglückend sondern eigentlich immer eher beängstigend es gab terror krieg mord und totschlag und wenn all das zufällig mal ausgeblieben ist dann war es irgendeine naturkatastrophe so und die 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 alternativ medien also auch nun auf social media hier youtube facebook instagram alle möglichen auch von journalisten geführten alternativen medien wie tichy.de und ach gut dort kommen oder so ähnlich heißen die oder auch hier eva herrmann alles wunderbare journalisten aber auch da geht es immer sehr viel um angst da geht es dann vielleicht darum zu sagen ja der corona ist jetzt gar nicht so gefährlich und guck mal rki belügt uns mit den zahlen bla 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 und aber sie machen unter uns angst vor einer regierung vor einer neuen weltordnung weiß ich nicht vor totaler abhörung vor totaler überwachung vor chippen von einer app vor und auch alles ja irgendwo berechtigt will ich gar nicht sagen das problem ist aber was ich jetzt eben feststelle und sogar bei mir manchmal feststelle wenn ich nicht ganz besonders acht gebe es liegt so viel angst im feld also so viele menschen wer meine sendung jetzt schon öfter gesehen hat der gedanke macht das gefühl das gefühl macht die frequenz die frequenz geht nach außen und zieht etwas an und materialisiert das dann letzten endes in unsere realität was der schwingung entspricht und wenn also jetzt viele menschen nachdenken über all das entweder ist corona super gefährlich und bla 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 ja und die bösen anderen die keine maske tragen oder die die sagen oh mein gott alle tragen masken werden die eigentlich nie wach was ist wenn die nie aufwachen wo geht dann unser stadien also welche richtung auch immer beide seiten haben angst und diese angst liegt als gedankegefühl frequenz in diesem großen feld und wenn um dein umfeld herum auch wenn du gar nicht mit leuten sprichst und das irgendwie verbal gesagt bekommst aber wenn um dein umfeld herum diese frequenzen liegen wir sind ja alles kein roboter wir nehmen diese frequenzen ja auf dann sind wir baden wir sozusagen in diesem moment in diesen zeiten hier extremer als sonst baden wir sozusagen in der frequenz der angst und das macht noch mehr angst das ist das große problem ja das haben wir überhaupt für ängste also es gibt erst mal so eine urangst in jedem von uns drin ist und ich glaube tatsächlich in der ganzen zeit wo ich mich als heilpraktikerin und auch als coach mit diesen themen auch angststörung und so weiter beschäftige ich glaube diese urangst ist in jedem irgendwo und die kommt meiner meinung nach vom ego das ego hat einfach wahnsinnige angst dass der körper und sein dazugehöriger mensch dann stirbt denn dann ist ego auch tot und deswegen tut ego alles um dich zum überleben zu bringen ja das ist ja auch der innere schweinehund der dich auf der couch sitzen lässt wenn du eigentlich denkst du solltest joggen gehen ja aber ego sagt guck mal hier auf der couch ist alles super easy da ist alles super sicher hier wissen wir hier hast du jetzt die letzten tage überlebt hier wirst auch die nächsten tage überleben bleib lieber auf der couch und das ist ja auch die angst vor allem neuen auch zum beispiel wenn 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 irgendwas neues weiß ich nicht wenn wenn wir zum beispiel umzug haben dann auf der einen seite ist es aufregend und spannend und schön und vielleicht auch toll alles neu zu gestalten und sauber und neu zu ordnen und auch auszupassen und so weiter und gleichzeitig ist das neue wie wird es da sein bogin sind wie wir die nachbarn sein wir wird das alles auf Dauer sein, etc. pp. Also du siehst, es gibt so eine Art von Angst, die wir eigentlich überhaupt nicht erklären können. Und die ist halt sehr viel Angst vor Neuem natürlich, vor Ungewissem, also vor Dingen, wo ich noch keinen Referenzwert für habe. Und dann gibt es natürlich Angst vor solchen Sachen wie Einbrecher oder Naturkatastrophe oder vor dem Verlassenwerden oder sonst irgendwas. Und die Angst ist letzten Endes, die hat immer einen Bezug zu unseren eigenen Kontexten. Wenn einer irgendwo aufwächst, wo es überhaupt gar keine Einbrecherstatistik gibt, also wo es gar keine Einbrecher gibt, die irgendwas klauen, der würde höchstwahrscheinlich davor auch keine Angst haben, weil er keinen Kontext dazu hat, weil er keine Grundidee dazu hat letzten Endes. Für Menschen, die irgendwo leben und noch nie davon gehört haben, dass Frauen vergewaltigt werden, die hätten glaube ich auch höchstwahrscheinlich niemals Angst, vergewaltigt zu werden. Einfach weil sie gar keinen Bezugspunkt dazu haben, gar keinen Kontext. Und da kommen wir wieder zurück auf das innere Kind. Das innere Kind, das hält unsere Kontexte ja fest. Also wenn du von kleinst auf zum Beispiel mit einer, in einer Familie lebt, wo eventuell sowas schon mal passiert ist, entweder bei denen selber oder in der Nachbarschaft, dann wird immer darüber gesprochen, boah, schließ gut ab, mach die Fenster alle zu, mach die Rollos runter, ja, dass da keiner einbrechen kann. Dabei hast du das vielleicht noch gar nicht erfahren, sondern das ist vor zehn Jahren, zehn Jahre bevor du zur Welt gekommen bist, ist das irgendwie mal passiert. Entweder selbst in der Familie oder bei der Nachbarschaft, sodass man das mitbekommen hat und dass man dementsprechend sehr, sehr ängstlich war. Dir selber ist das aber noch gar nicht passiert, aber du bist immer mit diesem Spruch, mit diesem Gedanken, schließt die Haustür ab, mach die Rollos runter, mach die Fenster zu, wenn du gehst. Weißt du, wie ich meine? Dann hast du einen Kontext dazu bekommen, ja? Dann ist das, das sind ja Glaubenssätze. Nur weil das damals passiert ist, heißt ja noch lange nicht, dass das in Zukunft auch wieder passieren wird. Steh da mal dahin. Also gar keine Garantie drauf. Aber wenn du dich immer damit beschäftigst und immer davor Angst hast und dementsprechend immer eine Frequenz kreierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es dir irgendwann ins Leben ziehst, sehr groß. Zumindest wird dein Fokus auch so drauf sein, dass du es zum Beispiel in der Zeitung auch immer wieder liest. Ja, hier, guck mal da, in unserem Stadtteil wieder vermehrt Einbrüche. Also das ist ja immer das, wo du den Fokus drauf hast, das siehst du ja immer am meisten. Also ich mach mal einen kleinen Test mit dir. So, mach mal, wie können wir das machen? Schau dich doch mal um in deinem Umfeld. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo du sitzt und wo du stehst, wenn du draußen bist oder wenn du drin bist, ist ja wurscht. Guck dir mal an, such mal die Gegenstände alle heraus, die grün sind. Guck dir alles an, was grün ist und zähl das mal durch. Also ich habe eine ganze Menge. Alleine wenn ich so in diese Front gucke, habe ich hier schon fast 20 Sachen, die grün sind. Wie viel hast du? Genau. Und jetzt schließe deine Augen und sage mir, wie viel rote Gegenstände da sind. Nicht die Augen öffnen, schön die Augen zulassen. Okay, und dann zähl mal nach, wie viel rote sind es? Wenn es dir jetzt so geht wie mir, ist das völlig normal. Also ich hatte irgendwie gedacht, ja, vielleicht so vier, fünf. Und letzten Endes, wenn ich hier gucke, also hier rechts habe ich ganz viele Bücher stehen, ja, da sind auch mit Sicherheit zehn. Hier vor mir sind auch schon fünf, also es sind mindestens genauso viele wie grüne. Und da ist nämlich genau das Ding, als du bewusst schauen solltest auf die grünen Sachen, hast du natürlich auch hellgrün und vielleicht auch türkis mit zu grün gezählt und grün, ja, und hast dich voll darauf konzentriert und hast auch mal fünfe gerade sein lassen. Wie gesagt, auch das türkis auch mal irgendwie grün ist. Und jetzt machst du die Augen zu und hast deinen Fokus nicht direkt drauf und jetzt sollst du wissen, was ist alles rot. Das heißt, das Rote hat ja in der Zeit auch schon neben dir existiert, wenn du nicht gerade ein vorbeifahrenes Auto gezählt hast. Aber im Normalfall, da wo du jetzt sitzt oder warst oder bist, das war das Rote vorher auch schon da. Aber dein Fokus ist überhaupt nicht da drauf. So, also wenn du siehst, dass es viele Dinge gibt, die dir Angst in deinem Leben machen, gibt es mindestens auch immer genauso viele Dinge, die dir keine Angst im Leben machen beziehungsweise das Gegenteil von Angst, also Liebe generieren könnten. Das heißt also, es hat immer etwas mit unserem Fokus zu tun. Und da ist in der heutigen Zeit ist es natürlich auch sehr anstrengend mit diesen unwahrscheinlich vielen Medien. Und ich weiß nicht, wie viel du konsumierst. Ich denke schon, dass ich manchmal etwas zu viel davon konsumiere. Und sei es jetzt, also ich mache jetzt die Mainstream-Medien nicht, bin eher in der alternativen Verschwörungstheoretiker-Ecke unterwegs. Und dennoch sind es sehr, sehr viele Informationen, die ich da bekomme. Und ich merke selber bei mir, dass ich manchmal an so Punkte angelange, wo ich fühle, oh, jetzt überwiegt gerade die Angst. Was ist, wenn die alle nicht wach werden? Was ist, wenn wir das alles nicht schaffen? Was ist, wenn, können wir jetzt da hingerieben, ob der ein toller Mensch ist oder nicht, aber eins ist für mich hundertprozentig klar, wenn Trump nicht gewinnt, die nächste Wahl, dann wird es sehr düster für die Menschheit auf dem ganzen Planeten. Lassen wir es dahingestellt, wollen wir nicht zur Diskussion stellen, aber das ist meine Wahrheit, die ich so habe. Und wenn ich dann darüber nachdenke, was sie ihm für Steine in den Weg legen, dann kriege ich Angst und dann muss ich raus. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Was mache ich, wenn ich zu viel Angst habe? Wenn ich merke, dass ich zu viel Angst wieder bekomme? Wenn Angst zu viel Platz in mir einnimmt? Was dann tun? Als erstes versuchen, die Quelle abzuschalten. Wenn es eben die Medien sind, wie bei vielen Leuten gerade in dieser Zeit, schalte die Quelle ab. Schaue kein Fernsehen mehr oder schaue nicht in dein Internet. Schaue nicht in dein Handy, nicht in dein Laptop, nicht in dein Tablet. Lass es einfach mal aus. Lenke dich ab mit etwas. Also zum Beispiel lies ein gutes Buch und lies am besten ein Buch über Bewusstseinserweiterung. Und da ist der Markt groß und es gibt vieles. Also letztens schon angesprochen, das Buch jetzt, die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle. Aber es gibt auch eine Milliarde andere wundervolle Bücher. Für jeden Geschmack ist da was bei. Und es gibt sehr, sehr viele Dinge mittlerweile auch gratis zu lesen. Und wenn du keine Lust auf Lesen hast, du kannst ja auch andere Dinge bei YouTube googeln. Zum Beispiel gute Sendungen und Videos wie meins, die mehr Mut machen und weggehen von diesen angstbezogenen Themen. Noch schönerer Tipp ist, wenn es Wetter schickig ist, geh raus. Und wenn du es gerade irgendwie kannst, geh raus in einen Wald. Ich sage dir eins, Wald ist ein so wundervoller Umwandlungsmotor. Das ist echt faszinierend. Also abgesehen davon, dass es natürlich alle Wälder und Bäume und Pflanzen aus unserem CO2 natürlich Sauerstoff machen. Dazu kommt, dass die Sauerstoffionen im Wald negative Sauerstoffionen sind, was sehr, sehr gesund ist. Was uns zum Beispiel auch befreit von all den schlechten technischen Frequenzen, die wir um uns herum haben. Wie WLAN, Mobilfunk, Elektrosmog etc. pp. Das ist schon mal, also Waldbaden ist für Körper, Geist und Seele mega gesund. Also wirklich empfehlenswert auf allen Ebenen. Und du kannst dich an einen Baum setzen und ob du ihn umarmst und seine Energie spürst oder nicht, spielt auch gar keine Rolle. Kannst ja mal versuchen. Macht echt Spaß, Bäume zu umarmen. Die sind so tröstlich, finde ich persönlich. Wenn dir das aber irgendwie zu doof erscheint, setz dich einfach an den Baum und lehn dich an den Baumstamm und genieße einfach. Erde dich ein bisschen. Stell dir einfach vor, wie du sicher getragen bist von Mama Gaia, von unserem Mutterplaneten. Und der Baum über dir, der stützt dich von hinten und behütet dich von oben. Und du bist in einem ganz, ganz sicheren Ort. Und dann mache diese kleine Atemmeditation. Ich bin hier. Ich bin jetzt. Und wenn du das zehn Minuten machst, ist all deine Angst auch wieder verschwunden. Das ist mal ein super Tipp. Was auch immer geht, ist Gewässer. Also wenn es irgendwo ein Meer gibt, wäre natürlich super. Oder ein Baggersee oder ein See oder ein Fluss oder ein kleiner Bach. Es ist eigentlich fast egal. Natürliches Gewässer ist auch unwahrscheinlich heilend und reinigend. Also gerade auch, was so Energien und Frequenzen angeht. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Energien und Frequenzen so wie so an uns kleben. Und wenn du all das gar nicht in deiner Nähe hast oder manche Menschen sind auch sehr ängstlich und gehen nicht raus, tatsächlich dann Dusche oder Bade. Also wenn du duscht, ist wunderschön, dann fließt es sofort wieder von dir ab. Also du kannst dann auch wirklich dich rituell reinigen. Und wenn du badest, sehr empfehlenswert ein Basenbad mit Magnesiumchlorid zum Beispiel gibt es sehr, sehr preiswert. 4 Kilo für 18 Euro bei Ebay kannst du oder bei Amazon oder wo du es auch immer kaufen möchtest. Oder im Aquaristikhandel, das ist nämlich für Salzwasserfische sehr, sehr wichtig, Magnesiumchlorid. Und darin kannst du baden. Das ist wie ein Meer baden. Oder es gibt auch Meersalz, aber ich empfehle tatsächlich Magnesiumchlorid, weil es eben pur aus Magnesium ist, was so wichtig ist. Den meisten Menschen fehlt nämlich Magnesium. Kein Kalzium, sondern Magnesium. Und Magnesium ist so wichtig zum Entspannen, zum Entkrampfen. Und gleichzeitig, wenn du sowas machst mit Magnesiumchlorid, also musst du zwei so Hände voll davon nehmen, von diesen Flakes. Also richtig schöne Portionen. Und dann in die Badewanne. Körpertemperatur, nicht zu heiß, nicht zu warm. Aber ganz, ganz wichtig, mindestens 45 Minuten, besser 60. Das ist ein sogenanntes Basenbad. Und das hilft dir beim Entsäuern. Also manchmal ist man ja vor lauter Angst irgendwann auch wütend und dann ist man sauer. Ja, dann ist man auch übersäuert mit unserer komischen Industriekost, die wir leider heutzutage haben, sind wir auch ein bisschen übersäuert. Und es ist halt, dieses Magnesium ist so unwahrscheinlich wichtig, weil es so schön entkrampft und so schön entspannt. Und wenn wir ängstlich sind, sind wir verkrampft. Wir sind eng. Wir sind zusammen, ja, gezogen. Und das macht ein Magnesiumbad wundervoll, wirkt dem entgegen. Am besten abends. Und danach schön abtrocknen, beziehungsweise am besten einwirken lassen auf der Haut. Und dann schön schnubbelig ins Bett. Hast du das gar nicht als Badewanne, es gibt Leute, die haben mittlerweile nur noch eine Dusche. Dann mach dir sowas, wie wenn du ein langes Paar Strümpfe hast, Socken hast, mach dir das in ein bisschen Wasser, tunke die Socken da rein und ziehe diese feuchten Basenstrümpfe sozusagen an, wickel dir ein Handtuch drum und leg dich damit ins Bett bis am nächsten Morgen. Also das als Idee, weil über die Fußsohle nehmen wir auch Magnesiumchlorid auf. Oder du kannst auch täglich ein Fußbad machen. All das ist super, super wichtig auf der Körperebene und gleichzeitig macht es ja auch was. Also die Frequenz von Magnesium, die macht auch was, eben die ist angstlösend, entkrampfend, entspannend. Alles ganz, ganz wichtige Dinge in der heutigen Zeit. Was auch gut geht, ist, mach dir eine gute Musik an. Ich stelle immer mehr fest, ich kann Musik aus dem Radio gar nicht mehr hören. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass sie noch andere Frequenzen einspielen in die Radiosender oder ob es tatsächlich an der einzelnen Musik liegt. Aber ich mag überhaupt gar nicht mehr diese normalen Popsongs irgendwie hören. Sowas abgesehen von Heavy Metal und so, das mochte ich schon nie, weil da stimmt die Frequenz überhaupt nicht. Aber Popsongs mag ich halt überhaupt auch gar nicht mehr richtig. Ich google mittlerweile sehr viel auf YouTube, gibt es unwahrscheinlich viel Fibonacci-Code oder verschiedene Herz, also mit TZ, diese Schwingung. Zum Beispiel 432, also 432 Hertz ist der Grundkammerton A, auf dem früher alle Musik gestimmt war. Das ist heute verändert, ich glaube bei 438 Hertz. Es ist nicht viel Unterschied und trotzdem macht es ganz viel in uns aus. Aber schaut mal, es gibt auch hier Neo-Beats zum Beispiel, die machen super Sachen, weil die machen diese binaturalen Beats, also diese verschiedenen Takte, die uns in einen transartigen Zustand bringen und dementsprechend über unsere Hirnwellen Heilung in uns bringen. Also auch sehr stark entkrampfend und angstlösend. Also all das kannst du dir auf die Ohren knallen und zum Beispiel auch eine Meditation machen. Ich selber habe auch zwei wundervolle Meditationen eingesprochen bezüglich Chakrenreinigen und auch Ängsten. Und nach wie vor gilt, wenn du Interesse hast, haben auch schon einige in Anspruch genommen, wenn du Interesse hast, schreib mir eine E-Mail. Die Adresse findest du hier unten, dass du dich für die ein oder andere Meditation interessierst. Und ich überlasse es dir, was du mir dafür als Ausgleich spenden möchtest. Und ich schicke dir dann einen Link zu, wo du sie dann runterladen kannst und dann dir zum Beispiel abends im Bett beim Einschlafen anhören kannst. Was auch noch geht für Leute, die noch ein bisschen spirituell unterwegs sind, sich mit Saint-Germain zu verbinden. Ein aufgestiegener Meister, sehr interessanter Typ, sehr humorvoll. Er hat eine tolle Frequenz und dem sein großes Werkzeug ist die violette Flamme der Reinigung. Und wenn du merkst, dass Ängste zu viel kommen, visualisiere dir sowas wie einen Feuerring aus der violetten Flamme. Sowas wie früher im Zirkus die Löwen durchgesprungen sind und gehe dadurch oder lass dich beregnen von dieser, also imaginär von dieser violetten Flamme. Und du wirst sehen, wundervoll, dass du da schon in eine ganz andere Frequenz kommst. Was auch hilft, wenn man ganz, ganz viel in Angst ist, dass man tatsächlich atmet. Stell dir einfach die Frage, wie oft darf ich atmen, um diese Angst jetzt zu besiegen oder zu überwinden. Und dann bekommst du eine Zahl, zum Beispiel 8. Und dann setzt du dich hin und atmest 8 Mal ganz bewusst ganz tief in den Bauchraum ein. Dass sich also richtig alles weitet, der Brustraum und die Bauchdecke und dann durch den Mund, am besten ein bisschen mit der Lippenbremse. Ja, also es geht nicht ums schnelle Atmen, nicht diese, was du nur hier oben hast, sondern es geht tief runter in den Bauch, sodass der ganze Körper sich wie mit Sauerstoff füllen kann. Und du sehr konzentriert bist auf das Atmen und du wirst merken, wie gesagt, frag nach einer Zahl. Das hilft sehr, sehr und du kriegst immer die richtige Zahl. Die erste Zahl, die dir in den Kopf kommt, 8, 5, 3, 10, 20, 100, die nimmst du. Also das kann man super wegatmen für den Moment. Und natürlich gibt es Fälle, und das sehe ich immer wieder auch bei meinen Klienten, wo Ängste sehr tief verwurzelt liegen. Entweder tatsächlich eine Ahnengeschichte sind und oder auch aus eigenen Erfahrungen, aus eigenen traumatischen Erfahrungen. Man nennt es dann ja auch posttraumatische Angststörungen. Da kann man dann auch tiefer dran arbeiten. Wer Interesse hat, kann das natürlich gerne auch immer mit mir machen. Aber bei vielen ist es ja gar nicht so extrem. Also fassen wir zusammen, es gibt verschiedene diffuse Ängste und manche Ängste sind auch gut. Also von einer Klippe zu springen, die 50 Meter hoch ist und unten ist Beton. Und davor Angst zu haben, top, sehr gut. Ja, das ist natürlich auch Ego, was Angst hat zu sterben. Wenn der Körper tot ist, ist Ego auch tot. Und das ist auch gut. Es gibt aber viele Ängste, die in uns sehr extrem bohren, weil Ego uns immer das Gefühl gibt, daran zu sterben. Aber wir wissen, wir sterben daran nicht. Und da ist es halt wichtig, zu differenzieren, zu unterscheiden, woher kommt meine Angst? Ist sie berechtigt gerade oder ist sie unberechtigt? Und jetzt können natürlich viele sagen, ja nun, aber Corona ist ja da. Und es ist ja auch berechtigt. Da sind ja auch viele dran gestorben. Da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, die Urangst ist immer der Tod. Und da mache ich mit Sicherheit auch nochmal eine Sendung drüber, über Tod. Und wie man auch die Angst vor dem Tod überwinden kann. Ich persönlich habe keine Angst vor dem Tod. Definitiv nicht. Ich bin jederzeit bereit, dazu zu sterben. Und das macht den einen oder anderen vielleicht erschrecken. Aber wenn es dich erschreckt, dann wäre diese Sendung über den Tod, die ich dann bald mache, mit Sicherheit auch was für dich. Aber dass das klar ist für dich, ja. Alle Ängste kannst du zurückführen eigentlich auf die Angst vor dem Tod. Und wenn du die mal überwunden hast, werden Ängste auch relativ. Man muss sich das dann nur in so einem Moment wieder selber auch bewusst machen. Und es kommt halt immer darauf an, wo dein Fokus liegt. Und wenn dein Fokus halt immer auf der Gefahr liegt, wirst du natürlich auch immer Gefahr finden. Wie mit den grünen und den roten Sachen, die du suchen solltest gerade. Und dementsprechend kannst du dich selber immer einladen, nicht mehr so viel Grün zu suchen, sondern eher Rot. Wobei die Farbe jetzt natürlich eigentlich genau falsch rum wäre. Such nicht so viel Rot, Gefahr. Schaue lieber nach Grün. Genau. Ja, also der Fokus. Der Fokus, wo der hingeht, da wird auch die Energie verstärkt. Ja, und dann gibt es halt viele Tipps. In den Wald gehen, ins Wasser gehen, Basenbäder machen, duschen, meditieren, tolle Musik hören, selber singen, selber musizieren. Entschuldigung, selber singen, selber musizieren. Und natürlich mit netten Menschen zusammen sein, wenn du es hast. Eine Liebste oder einen Liebsten. Sex hilft auch unwahrscheinlich, Ängste abzubauen. Wobei man es nicht als ausschließliches Tool benutzen sollte. Ja, das sind meine Tipps und Gedanken zum Thema Angst in dieser Zeit. Und denke immer dran, oftmals ist es auch gar nicht deine eigene Angst, sondern weil so viel Angst und Unsicherheit im Feld liegt, sind die Menschen, die sehr sensibel schon sind, können manchmal nicht unterscheiden, ob es ihre eigenen Ängste sind oder die Ängste der anderen, die so im Feld liegen. Also, wenn es dir so geht, dann lade ich dich ein, geh viel in den Wald, erde dich, damit du dich spürst, ja. Und achte gut auf dich, schütze dich. Du kannst jeden Morgen mit einer Meditation beginnen, dir sowas wie einen Schutzanzug anzuziehen oder so eine Glocke um dich rumzubauen oder halt auch einfach Gott zu bitten, dir jemanden an die Seite zu schicken, der Acht gibt, dass diese Frequenzen nicht so sehr an dich rankommen. Okay. Wie immer gilt, wenn dir dieses Video gefallen hat, mach mir bitte einen Daumen hoch, falls du es noch nicht hast, abonniere den Kanal. Wenn du Fragen hast, schreibe mir eine E-Mail. Wenn du einen schönen Kommentar hast, schreibe hier drunter einen Kommentar. Wenn du Lust hast, dich mit anderen Menschen in einer Gruppe, die gleichgesinnt sind, auszutauschen, findest du hier meinen Telegram-Kanal. Ja, da können sich Menschen untereinander austauschen. Da fängt es jetzt auch schon so ein bisschen an, dass der ein oder andere was schreibt. Ist ja anfangs immer ein bisschen crazy. Aber sei mutig, trau dich, kann gar nichts passieren. Ich freue mich, dass ich dich wieder ein bisschen inspirieren durfte. Und ich wünsche dir eine ganz zauberhafte, angstfreie, liebevolle Zeit. Und mach mal aus zur Not, wenn es dir alles zu viel wird. Und in diesem Sinne, gehabt dich wohl, fühl dich gedrückt, du bist unendlich geliebt, deine Biene. Ciao.